Anomaly festgestellt. Möglicherweise ein feindlicher Titan. Achtung, IMC Bodeneinheiten. Ich möchte jemanden befördern. Und ich will jemanden töten. Ja, wie Wahlwege sein wollen. Und jetzt, tötet den Kerl! Feindlicher Titan in Sicht, greife an! Ich muss die ewig leben, raus! Kommt da noch was? Der Kreis. Gegen dieses Schwert hast du keine Chance. Sprengst uns immer rein. Sie haben alle den Tod verdient. Sprengen Sie es, wir haben aktiviert. Darum kriegst du mich nicht, Pilot. Meinheiten zerstört. Willst du kämpfen? Ja, dann lass mal sehen, wie du dich Mann gegen Mann schlägst. Oder willst du weglaufen wie ein kleiner Junge? Wer hat das, du Idiot? Wer hat das, du Idiot? Ich bin wahr, kleiner Mann. Warnein, Gruppenschaden festgestellt. Jetzt stirbst du, mein Ziel. Flugsystem aufladen. Das ist der Schaden. Argus, vamos. Die Sache ist nicht. Lass uns an weines Brotheim. Argus, unser Reaktor ist instabil. Ersatzbatterie erforderlich. Der Pilot, ich empfehle Ihnen auszusteigen. Alle Systeme Einsatzbereit! Grenier, los! Ja, Sir. Übertragungssequenz aktiviert. Es funktioniert. Signalsstärke bei 25 Prozent und steigen! 60 Prozent! Sieht gut aus! Gleich haben wir es! 80 Prozent! Maximale Zahlstärke erreicht! Wir können jetzt senden! Datenstrom wird übertragen. Warte auf Antworten. Hoffen wir, dass da oben noch wer ist? Haps! Hier ist Commander Sarah Briggs, Lauderdur-Chor der Belize SRS. Identifizieren Sie sich! Commander Briggs, hier ist BT-7274. Protokoll 2. Mission fortsetzen und Flotte der SRS-Einheit informieren. Verstanden. Freut mich, dass ihr Jungs immer noch da unten seid. Wir empfangen gerade eure Daten. BT-7274. Laut Datenrekorder ist ein ursprünglicher Pilot im Kampf gefallen. Korrekt. Captain Ty Lestimoser wurde im Einsatz getötet. Ich bin jetzt mit einem Interimspiloten verbunden. Schütze Jack Cooper. Warte mal. Lass die Moser dich mit einem Schützen verlegen? Ja. Er hatte keine andere Wahl. Ich verstehe. Wir werden dir einen qualifizierten Piloten zuteilen. Einwand. Cooper ist mein Pilot. Unsere Kampfeffizienz liegt mittlerweile bei mehr als 90 Prozent. Da bitte Verbindung beizubehalten. Du hast Glück, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, BT. Erlaubnis erteilen. Das ist großes Lob von einer Maschine, Cooper. Dank ihrer Scans der Lade konnten wir ihre Signatur zu einer IMC-Basis hier auf Typhon zurückverfolgen. Wir haben nicht viel Zeit. Gehen wir! Die IMC hat eine Faltwaffe entwickelt, die imstande ist, ganze Welten zu zerstören. Aber ohne ihre Energiequelle, die Lade ist dir wirkungslos. Wir müssen die Lade werken, bevor sie die Luftwaffenbasis verlassen kann. Royal Accord, Waffen einsichern! Bereit nach dem für Titanfall! In Deckung, wir reißen die Wand ein! Vor werden Sie sicher! Wenn diese Kanonen nicht ausreiten, kommen wir nicht mehr an das Himmel an! Wissen in Position! Sind wir bereit? Alle Ecolankraften sind festbereit! их, Commander Briggs, Feuer frei! Feuer! Auf, Rumpsschaden festgestellt. Behandlung, unsere Erkrankung ist in Schöpchen. Ersatzbatterie auf Vorderney. Zu, zu, zu! Börer 8-Motors, das ist ein Zeug. Einzeit ist nicht stürmt. Wir sind nicht in Schöpfen. Elf 3, bitte kommen! Weiter voren! Wir haben ihr Wiener, Elk 7, gehören Ihnen! Los, los, los! Ich habe noch los! Kriterischer Schaf, Warnung, Warnung! Zwang, los, los! Lass dich mal auf der Seite! Lass dich ein Feuer, komm! Lass dich ein Feuer! Lass dich ein Feuer, komm zum Rieger! Kriterischer Schaf, Warnung, Warnung! Wir sind auf groß aufhören. Oh, hier sind dir die Begefeindler! Sprengst du sie mit. Werden wir 6 zu sein? Die Drecklinge wollen nicht weiter los. Sprengst du sie mit. Sprengst du sie mit. Da kommt mehr ISG-Zeit. Die Berichtung kriegt zu ihnen. Weiter vorrück. Los, los, los. Kussschaden festgestellt. Warnung, unser Reaktor ist in Stöck. Fertig, fertig. Los, los. Sprengst du sie mit. Sprengst du sie mit. Die Dreckung geht und wir reißen die Wand ein. Positionenработen, wenn diese Panos nicht aufsteigen, torkir nicht mehr an das Himmrad. Besetzen in Position. Dringen bereit. Alle Echolared-Kraften sind zungbereit. Hier Commander Briggs, Feuer frei, Feuer, Feuer frei. Schicksal, fang, fang. Die Kampfs sind aufpassen! Los, los, los! Börbereich, auf die Bestütung ist feuer. Auf die Bestütung! Hey, nein, bitte kommen! Weiter vorne! Auf die Bestütung! Entdeckung geht es um die Reise die Warte ein. Und wenn diese Panomen nicht ausreißen, kommen wir nicht mehr an das Tempran. Ritten in Position. Ritten bereit. Alle Ecoline-Kraften sind zungbereit. Ihr Commander Brink, Feuer frei! Feuer! Feuer frei! Ein Flieger in den Stau fassen! Los, los, los! Färre abbrauchen, das Rittungsfeuer. Kommt, bitte los, bitte los, bitte los, bitte los! Halt, nein, bitte los! Weiter vorne! Aufdrücken, aufzuhören! Auf der Sack hoch! Werden wir fassen! Wir haben hier Reaper. Halt, sie gehören ihnen! Wieder auswählen und Feuer konzentrieren! Los, wo aufhallen? Wir werden hier in dieser Gefeinde... Wir werden ja weg zur Deich-Dinie... Die Zeich-Dinie-Zuwart-Streiter durch! Achtet auf feindliche Zeich-Dinie-Bon! Untertitelung des ZDF, 2020